Was geht Leute? Mein Name ist Danny Justin, willkommen mit einem neuen Video und heute spielen wir YouTube Past Life Ich weiß, es heißt YouTubers Live, okay? Ich sag das nur Spaß, okay? Ich will auch immer witzig sein, aber nein. Auf jeden Fall habe ich momentan, also in der Küche ist so ein kleiner Wasserschaden und da kommen irgendwelche Leute, die das reparieren werden. Deswegen kann es sein, dass es jederzeit klingelt und ich weiß nicht, ob ich dann die Folge beenden muss oder nicht. Das werden wir ja dann sehen. Deswegen, ja, das machen wir dann ganz spontan, schütz ich mal. Aber na gut, wie sieht es aus? So viel Energie habe ich. Ich glaube, ich sollte erstmal was essen. Ne, Video legt gerade hoch, okay. Scheiner, willst du mich unterhalten? Ich will wirklich mich nicht mit ihr unterhalten, aber sie will immer, ne? Sie will wirklich immer mit mir reden. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich habe einfach keine Lust. Aber erstmal werden wir unser Wissen im Computerwissen verbessern oder wie auch immer und werden warten, bis das Video oben ist, schätze ich mal. Okay, das Video ist jetzt oben und es, ja, vier Likes. Ein Dislike. Im Endeffekt ist es egal, weil es bekommt eh meistens mehr Likes als Dislikes. Man kann das Video echt verbessern, wenn man es nachbearbeitet, so wie du es gemacht hast. Dann macht ein 10-Jähriger ein besseres Video. Er ist, glaube ich, ja weniger, ehrlich gesagt. Vielleicht, also wenn das wirklich der Fall ist, dann muss der 10-Jährige echt ein, wirklich ein echtes Genie sein, kann man nicht anders sagen. Bestes Video überhaupt. Ich liebe dich, ich liebe dich so sehr. Oh, danke, Justin. Ich weiß, es hat zu schätzen. Okay, danke, wirklich danke. Aber na gut, wir haben unser Computerwissen für Anfänger erhöht. Und jetzt ist was passiert. Ich glaube, jetzt wissen wir langsam, wie man die PC repariert. Kann das sein? Okay, nice. Wir haben immer noch gleich viel Geld. Ich würde sagen, wir könnten es bewerben. Warte, welcher? 26. Mai. Also, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ja, wir werden es bewerben, damit wir schneller an die Abonnenten kommen. Und jetzt gehen wir erstmal arbeiten. Und zwar... Wieso kann ich nicht arbeiten gehen, hä? Moment mal, normalerweise müsste ich doch... Okay, ich habe keine Ahnung, wieso ich nicht arbeiten kann. Äh, wir werden also was essen. Und dann werden wir ein weiteres Video aufnehmen, denke ich, ja? Wir brauchen nämlich Geld, um die Miete zu bezahlen. Fällt mir gerade auf. Verdammt. Oh Gott, ist das ätzend, Leute. Das ist sehr ätzend. Neues Gaming-Video. Wie bekomme ich 32 Dollar? Habe ich schon damit verdient mit dem Video. Und das hier kommt sehr gut an. Deswegen würde ich sagen, wir machen dazu erstmal ein Gameplay-Video wie davor schon. Und... Ach, das ist dieses Nuklearspiel, ne? Genau. Was wir ja quasi schon davor gespielt haben, was echt gut angekommen ist. Das ist genau das, was wir aufgenommen haben. Hier das, die Atom-Bomb-Time. Ist genau dasselbe Spiel. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was der Omni-Ausgabe ist, ehrlich gesagt. So gar nicht. Ähm, Atom-Bombe-2. Das hundert mich irgendwie so leicht an 60 Seconds. Ich habe das Spiel immer noch nie durchgespielt. Ich konnte nie gewinnen. Ich war jetzt viel zu schlecht, um zu gewinnen. Ich konnte nie die richtige Entscheidung treffen. Durchschnitt ist die Aufnahme. Ich habe viel Energie, das ist gut. Gut. Äh, coole Begrüßung. Oh Gott, das war nicht so gut. Ah. Okay, bei dem nächsten kann ich da ein bisschen mehr reinstecken. Ein bisschen mehr Energie. Ausschnitt. Äh, ähm, 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 ähm. Sarkastischer Kommentar. Ja, okay. Anscheinend schon. Du hast alles zerstört. Malz 2 auf Braun. Äh, keine Ahnung, was das heißt. Du hast alles zerstört. Lustige Kritik. Oh Gott, das war nicht... Oh Gott, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ladebildschirm mit Hinweis. Oh, was nehmen wir denn? Äh, philosophischer Kommentar. Okay, nehmen wir mal. Oh Gott, jetzt haben wir nur noch 4 Energie. Äh, 4 Energie nur noch. Verdammt. Normales Spiel. Und hier muss ich alle meine 4 Energie aufbrauchen. Oh Gott. Ich nehme einfach das hier. Verdammt. Oh, das war sogar falsch. Okay, ich glaube, ich lasse das Video nicht hoch. Ne, 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 ich werde das Video stornieren. Nein, 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 nein. Ich kann das nicht hochladen. Ich will es auch gar nicht hochladen. Ne. Okay, wir legen uns jetzt mal schlafen. Oh Gott, du... Was? Oh! Und ich hatte 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte ich mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres. Einen größeren Ort, um noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauchte meine eigene Wohnung. Äh, wie wär's denn beim Schlafen, Buddy? Videos erstellen kannst du später, schätze ich mal. Weil gerade ist aber nicht der Zeitpunkt dafür. Und ich weiß nicht, aber das war echt nicht gut gerade. Ich hab zu viel Energie verschwendet. Und irgendwie klicke ich immer noch die falschen Sachen. Warte mal, warte mal, warte mal. 28. Na, kann ich kurz bitte arbeiten gehen? Ja, für 60 Dollar, 12 Stunden. Okay, das ist wirklich eine lange Zeit. Aber ich muss meine Miete bezahlen können. Wow, unsere Abonnenten wachsen sehr gut. Ähm, oh Mann. Äh, achso, ich muss es mal so bearbeiten. Und dann kann ich erst stornieren. Verstehe. Ey, aber eigentlich kommt es ganz gut an, oder? Naja, gut, es gibt schon rote Punkte. Aber ich glaube, es lohnt sich, das Video hochzuladen, oder? Ich denke, es lohnt sich, Leute, das Video hochzuladen. Hm, ich denke schon. So, wir laden es einfach hoch. Ist doch egal. Ich meine, nicht jedes Video kann so super sein. Ich meine, wir machen viele Videos, okay? Es kann nicht jedes Video professionell sein, bis zum Gehtnichtmehr. Äh, das Problem beheben. Äh, bekomme ich Geld bitte? 29. Mai. Oh Gott. Kannst du bitte arbeiten gehen? Ja, okay, wir gehen arbeiten, bekommen Geld. Und es wird dann abgebucht, ne? Ja. Boah, Alter, unser Schlaf und unser Hunger geht so runter, ne? Und die Zeit vergeht so rapide. Nein, jetzt können wir auch die Miete bezahlen. Und schlafen erstmal. Äh, zwei Dislikes, drei Likes. Äh, ist ganz in Ordnung, würde ich sogar sagen. Wir haben eine Menge Geld bekommen. Durch das Video auch, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und wir haben hier einen weiteren Punkt bekommen. Was ist das hier? Die Aufrufe eines Spiels erhöht sich mit der Anzahl von Videoaufnahmen eines Spiels. Das heißt, je mehr Videos ich von dem Spiel mache, desto besser mehr Klicks würdest haben, oder? Ich glaube, was ist das hier? Du bekommst sechs Prozent mehr Abonnenten mit angezockt Review oder Unboxing-Videos. Das kann doch nicht. Wieso Review oder Unboxing-Videos? Oh Gott, ich nehme das hier. Ja, das finde ich ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall schon krass, was man hier alles freischalten kann. Tio, willst du dich unterhalten? Nein, ich will erstmal einfach nur schlafen gehen, ehrlich gesagt. Wirklich einfach nur pennen will ich. Einfach nur pennen, okay? Wir können das überdies bewerben, das Video. Bewerben des Videos ist schon sehr hilfreich. Ich muss mir eine Versteigerung im Internet anschauen. Das Problem mit dem Umziehen ist, da muss ich auch ganz ehrlich zu euch sagen, Leute. Ich glaube mir nicht, dass die beste Idee wäre, so richtig schnell umzuziehen. Also kann ich mir aber nicht vorstellen. Kannst du bitte essen? Was ist dein Problem, Alter? Oh! Was hast du gemacht? Was war das gerade? Okay, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, ehrlich gesagt. Aber wir akzeptieren es. Wir akzeptieren und tun so, als wäre nichts passiert. Alles Beste. Okay, klar, Spaß. Wie war nochmal das mit der Wohnung? Wo konnte ich nochmal umziehen? Weil es gab irgendwo etwas, wo ich umziehen konnte. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo willst du... Nein. Hallo, denn ich möchte heute Abend gerne ins Kino einladen. Ja, okay, wir gehen ins Kino. Meine Güte. Zieh dich um, filme. Okay, ich habe 50.000 Bonnen. Das bedeutet, ich habe es mir verdient, ins Kino zu gehen. Ehrlich gesagt, ich will nichts anderes anziehen. Okay, jetzt ziehen wir ein pinkes T-Shirt an. Hat Style auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Eine weiße Hose ziehen wir an. Aber nein, eine graue Hose, ehrlich gesagt. Ziehen wir die Schuhe an. Die passen ganz gut dazu. Brille. Das macht uns intelligenter. Und Frauen stehen auf intelligente Männer. Deswegen, das ist sehr gut, okay? Sehr gut. Bestens. Damit können wir arbeiten, Leute. Damit können wir bestens arbeiten. Und wir bekommen mittlerweile viel Geld eigentlich. Für alles. Aber na gut, wir sind im Kino. Da ist sie. Kann ich mit ihr reden? Über Ruhm reden. Oh, ja, ich bin der beste YouTuber aller Zeiten. Willst du ein Autogramm? Das ist humorvoll, ne? Ja, ja, die ist humorvoll. Okay, die ist witzig. Über Videospiele reden. Magst du Videospiele? Videospiele sind was für Kinder. Schwachsinnig. Was hast du hier? Na los. Hier, über Ausgehen reden. Ah, ne. Über Ausgehen können wir erst später reden, ne? Oh. Er will bloß nicht diesen Typen in grün. Er ist durch mein Fenster gesprungen und hat mich erschreckt. Er hat mein Computer kaputt gemacht. Okay, sehr witzig auf jeden Fall. Das ist nicht so gut. Also, da hören wir lieber auf zu reden. Lass uns über Filme reden, weil wir sind ja im Kino. Was? Okay, Moment mal. Über Ruhm. Wir können nochmal über Ruhm reden, weil ich weiß, sie mag das. Meine Güte, es ist schwer. Es ist so schwer. Es gibt immer zwei Sachen, die interessieren sie. Oh Gott, wollen wir nicht mal in die Kinosaal gehen? Oh mein Gott. Okay, wir gehen einfach. Ich will, ich... Oh Gott, diese Frau ist so anstrengend. Ich will nichts mit ihr zu tun haben. Ich... Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich liebe sie ein bisschen nur. Aber nur ein bisschen. Okay, wir haben mal. Die ist verdammt crazy, die Frau, okay? Keine Lust mehr jetzt, ne? Die ganze Zeit zu warten. Wir sind schon im Kino. Wow, das ist voll. Lass uns die Plätze suchen, bevor keiner mehr frei ist. Äh, setzen wir uns an ein ruhiges Plätzchen hier... Oh Gott, da sitzt jemand. Das nervt mich. Obwohl, hier hinten ist... Okay, das ist gut. Ähm... Genau. Insgesamt zu zahlen. Studenten-WG. Ich hab doch schon... Ah, wurde das Geld jetzt abgebucht? Ich glaub, das Geld wurde jetzt abgebucht. Ähm... Wir sind momentan Level 11. Aber wo war das nochmal mit dem Umziehen? Ich verschwinne. Geht das? Bitte? Ich will einfach nur verschwinden. Äh, okay. Meine Frage ist jetzt, geht der auch wirklich? Oh Gott. Ne, er geht... Ja, doch, er geht. Also, es klappt dieses Mal mit dem Gehen, weil manchmal ging er nicht, was ein bisschen nervig war. Sehr interessant. Ähm... Das Problem ist... Oh. Ach so. Ah, ich kann einfach draufklicken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Erhalte Aufrufe für deine Videos. Oh, meine Güte. Bekomme Abonnenten für deinen Kanal. Die Sachen hab ich geschafft. Wow. Und es gibt Missionen, die... All... Das mein ich, das mein ich, ne? Ich hab Angst, Sachen zu übersehen. Das ist etwas, was hab ich von Anfang an übersehen. Keine Sorge, es wird mich nicht fertig machen. Meist gesehen. Oh, cool. Haben wir auch automatisch geschafft. Oh ja, okay. Das ist jetzt nicht allzu schlimm. Wir bekommen halt jetzt die Erfahrung. Bekomme Abonnenten für deinen Kanal. Bla, bla, bla. Kartenspiele sind nicht so ein Ding. Du kannst in der Computereinrichtungsphase jetzt den Modus automatisch wählen, wodurch dein Charakter die Karte automatisch auswählt und das Video editiert. Das Ergebnis hängt hierbei davon ab, wie gut dein Charakter Videos erstellen kann. Je besser er ist, desto... Wow. Ähm... Okay, interessant. Je besser werden die automatischen Videos, auch wenn sie nie... Ah, okay. Wie mach ich das? Oh my God. Wir kommen aber... Ey, ich hab doch das geschafft. Okay, wahrscheinlich wird das gleich grün, oder? Keine Ahnung, aber jetzt hab ich endlich draufgelegt. Warte mal. Ich mach jetzt neues Gaming-Video, ne? Äh, ich weiß grad nicht, wie ich umziehe, aber es spielt jetzt keine Rolle erstmal. Wir machen erstmal ein neues Gaming-Video. Wird es jetzt automatisch bearbeitet? Ah, automatisch. Äh, das ist cool. Das Video wurde automatisch erzeugt. Hey. Also, das ist schon ziemlich geil. Also, naja, ob wenn das... Na, das ist nicht so geil. Also, theoretisch geht das gar nicht. Also, es müssen schon Menschen dahinter sein. Und jetzt nehm ich auf. Und, äh... Ah. Aber ich nehm... Das ist cool. Ich verfaule Menschen, so wie mich. Alter, ich liebe das. Ich liebe mein Leben, wirklich. Das ist wirklich ziemlich heftig. Wie lange will der zocken? Äh, ich glaube, es braucht ein bisschen länger Zeit dann, oder? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger Zeit. Aber na gut, was haben wir hier? YouTube? Hier können wir nicht umziehen, ne? Boah, bald haben wir die eine Million Videoaufrufe. Ziemlich geil auf jeden Fall. Was ist das hier? Aha, dopp... Oh mein Gott, ich kann die Zeit verdoppeln. Natürlich. Hehe, das wusste ich. Oh Gott. Oh Gott. Ist nicht passiert, oder? Ja, okay. Wir können die Zeit verdoppeln. Was sehr, sehr schön ist. Ähm, wegen der... Bekomme ich hier ein paar Karten? Hier nicht. Warte mal, wo kann ich nochmal umziehen? Das würde mich interessieren. Ich bin komplett durcheinander. Wir könnten aber bald wieder neue Sachen kaufen eigentlich. Und ich frage mich, wie die Videos einkommen. Kleidung ändern, Klamotten ändern. Habe ich irgendwie auch schon noch nicht gekauft. Die Klamotten und so weiter, so fort. Schlafen kann man hier. Nein, danke. Ich will nicht mit dir reden. Aber wo ich umziehen kann, habe ich wirklich komplett vergessen. Also, so komplett. Was ist das hier? Ein Gameplay-Video zu machen, ist sehr einfach. Denke ein bisschen drüber nach, was du sagen willst. Ich spiele so gut, du kannst und füge Nachbar... Was? Beim Nachbearbeiten ein Partner in Net-Effekte zu Kinderleicht. Habe ich doch gemacht. Es müsste eigentlich... Okay, keine Ahnung, was gerade geschieht, ehrlich gesagt, Leute. Wir erstellen das Video. Ich bin voll überfordert. Aber ja, ziemlich cool. Nur wann ist das Video dann fertig? Zeige das Ergebnis des Videos. Ach so, es ist schon längst fertig. Ah, es kommt natürlich nicht so gut an. Okay. Aber hey. Jemand ruft an. Du spielst dieses Spiel, bei dem man Bonbons kaputt machen muss. Das dir so gefällt. Aber man, ist einfach nicht so schaffen. Booster für 2 Dollar kaufen. Äh, ich kaufe einfach mal. Gott, ich habe keine Ahnung, was... Ah, Booster. Cool. Konnten wir vorher auch schon Booster holen? Hätte nicht, möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht. Bla, bla, bla. Ähm, was willst du von mir? Äh, Aufnehmen bearbeiten soll. Äh, nein. Ich will dir nicht helfen. Bitte. Oh mein Gott, das Video kam so schlecht an. Oh mein Gott. Alter, Leute. Lasst mich dabei in Frieden. Keiner mag euch. Na, es kam doch gar nicht so schlecht an. Nein. Es sieht zwar heftig aus, aber so schlecht kam es gar nicht an. Und für faule Menschen ist es trotzdem sehr gut. Nur trotzdem interessiere ich mich jetzt. Äh, erst mal kann ich das bewerben. Ich glaube, ich kann das bewerben. Genau, sehr gut. So, jetzt bekommt das Video an Popularität. Ähm, bei dein Zuhause, da haben wir es. 320 Dollar. Habe ich genug Geld? Ich würde sagen, jetzt wo ich die Videos automatisch mache und die Internetverbindung besser ist, ziehen wir um. Machen, äh, machen, was ich meine momentanen Mitbewohner erzählen soll. Ah, nee, okay. Ich musste nach oben scrollen. Ich dachte, hä, was? Vor dem Ausziehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich meine momentanen Mitbewohner erzählen soll. Okay. Hey Danny, ich habe gehört, dass du in eine größere Wohnung ziehen möchtest. Ich will einfach nur in meine eigene Wohnung ziehen. Die neue Wohnung war so toll, war toll. Und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meine ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt und doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Sehr gut. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung für Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Ah, interessant. Willst du mich unterhalten? Äh, nein. Yeah! Interessant, interessant. Wo sind denn meine Mitarbeiter jetzt aber? Boah, wie schön das aussieht, ne? Alter, ich werde jetzt leben. Ich bin in einer richtigen Luxuswohnung. Das ist echt cool. Also beschweren kann ich mich da eher weniger. Äh, stelle Mitarbeiter ein. Wenn du möchtest, dass Mitarbeiter von deinem Kanal nötig sind, müssen wir mehr Videos aufnehmen. So können deine Mitarbeiter verbessern. Videos werden besser, wodurch sie mehr... Ja, ein... Blablabla. Okay. Wir haben hier leider keine Mitarbeiter noch, was ein bisschen blöd ist. Dazu müssen wir, ich glaube, Freunde kennenlernen. Erstmal werden wir weiterhin Videos aufnehmen. Kommt das Spiel noch gut an? Es kommt immer noch super an. Und ich glaube, es wird immer besser ankommen, je mehr Videos dazu machen, ne? Automatisch natürlich. Äh, Halli. Hallo. Hallo. Halli, hallo. Halli, hallo. Okay, dann lass mal sehen. Äh, so, das Video machen wir. Äh, wir verstellen einmal die Zeit. Hier kann man schlafen. Sehr interessant, sehr interessant. Einkaufen kann man... Was ist das hier? Äh, keine Ahnung, was man da machen kann. Wie kann ich jetzt mal Mitarbeiter einstellen? Ich glaube, ich muss Leute einfach... Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Äh, geh nach oben. Ich habe zwei Ebenen. Äh, ich liebe dein Videos, Danny. Aber in der Zimmer sieht so leer aus. Ich habe ein paar Sammlerobjekte. Ähm, ja, cool. Okay, nice. Wir haben Geld verloren, aber dafür haben wir andere Sachen gewonnen, was sehr, sehr cool ist. Also beschweren kann man sich da nicht so... Dann können wir die hier alles nehmen. Belohnung. Schauen wir beim Spielen zu. Bla, bla, bla. Nice. Meist gesehen. Erhalte Aufrufe von deinen Videos. Bla, bla. Und das hier haben wir ebenfalls geschafft. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt wieder hier irgendwie sowas. Zeige allem in deinem Spiel verborgenen Geheimnisse. Du musst mehrere Gameplays an deinem Spiel spielen, bevor du ein gutes Tutorial machst. Aber du wirst es ihm beweisen, dass du weißt, wovon du redest. Na, nehme eine epische Spielsitzung auf, lade einen Freund ein und starte ein gemeinsames Video. Wenn dein Freund gut genug ist, wirst du viel Aufruf bekommen. Ja, sonst klingt in Ordnung, würde ich sagen. Das nehmen wir gerne. Gehen wir mal nach oben und schauen nach oben mal an, was es dort so gibt. Und dort haben wir ein weiteres Zimmer. Hier werden dann wahrscheinlich die Mitarbeiter arbeiten, oder? Ja, sieht ganz so aus. Okay, nach unten gehen. Sehr cool. Ah, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ähm. Das Video machst du immer noch, oder wie sieht es aus? Ich weiß halt nicht, was er jetzt macht. Äh, kann ich jetzt einfach ein neues Video stellen, oder ich... Ich verstehe... Ah, dual. Ah, cool. Ich habe keine Freunde. Okay, macht Sinn. Macht sehr viel Sinn, Leute. Und automatisch. Äh, ich lasse es einfach so. Ich lasse es nicht wieder so. Ich habe jetzt keine Lust, etwas zu ändern, ehrlich gesagt. Aber bekomme ich dadurch Geld? Ich verstehe das Wort wirklich gar nichts, Leute. Ich gehe mal kurz in mein Handy und schaue mal, ob ich Leute einladen kann. Hier. Äh, Theodor. Ich möchte jetzt allein sein. Bitte störe mich nicht. Verdammt. Jetzt habe ich keine Freunde mehr. Ich hätte den anderen behalten sollen. Die sind sauer, die sind sauer, die sind sauer. Scheiner. Ich möchte jetzt allein sein, bitte... Wow, okay. Okay, das ist natürlich heftig hart. Alter, das würde keiner mit mir reden. Alter, vielleicht hätte ich doch netter sein sollen zu allem. Einladen. Ah, cool. Willst du dich unterhalten? Äh, nein. Mit dir nicht, du Loser. Okay, genauer Spaß. Nehmen wir Theodor plus und einladen. So. Vielen Dank für die Einladung. Bla, 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 bla. Sehr gut. Äh, und wir müssen schlafen gehen. Oh, es klingt an meiner Tür. Ja, also bis gleich. Okay, Leute, er ist da. Also, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.